Hi Leute und heute auf meinem Kanal werden wir Cookie-Clicker spielen. Ihr habt mich ja jetzt schon lang nicht mehr gehört, aus dem Grund, dass ich Handyverbot hatte, hat mein Freund der Daniel es statt wir gemacht, also die YouTube-Videos. Und wie ihr gerade seht, werden wir heute Cookie-Clicker spielen. Und ja, ich habe schon was vorbereitet, nämlich einen Speed-Auto-Clicker. Wir dürfen nochmal alles zurücksetzen, damit ich euch es zeigen kann. Als erster drückt ihr auf Taste wählen. Ich mache in meinem Fall R-Button, also rechter Button. Rechter Maus-Button. Und dann sagen wir jetzt so 10 Klicks pro Sekunde. Aber das ist schon etwas langweilig, was meint ihr? Also ich finde schon. Wie wäre es mit... Das sollte mal reichen, würde ich sagen. Dann drückt ihr auf OK und dann habt ihr einen Autoklicker, wie ihr jetzt gerade seht. Oh, jetzt packt es schon wieder. Seht ihr? Es ist zu viel für das Spiel. Es ist einfach viel zu viel. Deswegen werden wir eher... So, das machen wir mal weg. Und dann machen wir noch ein paar Null dazu. Und da crasht das Spiel zumindest nicht so hart. Oh mein Gott. Also wirklich, das Spiel bleibt komplett. Deswegen machen wir noch ein bisschen was weg. Weil, wenn das jetzt so eskaliert, 100 Klicks pro Sekunde sollte eigentlich gehen. Ja, also... Ihr seht ja, das geht eigentlich schon recht gut. Und ich glaube, das reicht jetzt auch einmal. Und wie ihr im Titel schon gesehen habt, werden wir heute... Cheaten! Ja, wie ihr mich kennt, ich cheater. Ja. Ich zeig's euch heute. Also, ihr drückt, wenn ihr in diesem Spiel cheaten wollt, drückt ihr... Also ihr müsst, wenn ihr eine Chrome Browser habt, dann müsst ihr auf STRG, SHIFT und J drücken. STRG, SHIFT, J. Dann kommt so eine Konsole, die ladet bei mir gerade. So, jetzt haben wir da so ein Feld. Und da drücken wir jetzt Game, also groß geschrieben. Game.Cookies. Cookies klein geschrieben. Mit zwei O. Cookies. Dann Abstand. Ähm... Abstand. Also einmal Abstand ist gleich. Abstand und dann drückt die Zahl ein. Wie ihr bei mir seht, habe ich da jetzt eine fette Zahl. Aber ihr solltet, ähm, nicht... Also ihr schaut auf meine Start. Und ihr solltet nicht mehr Cookies nehmen, als ihr produziert habt. Das seht ihr da. Tau... Äh... 1616. Wir werden das jetzt trotzdem machen. Und dann Enter. Und jetzt schaut euch das an. Der weiß zwar jetzt, dass wir... Cheated Cookies taste awful. Also der hat jetzt gecheckt, dass wir gecheatet haben. Aber das ist uns in dem Fall jetzt egal. Macht jetzt eigentlich nichts. Also wir kaufen mal da. Zack, 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 zack. Schon hundertfach, oder? Was meint ihr? Da, zack. Mit Autoklicker drauf. Bum. So muss das ausschauen. Bum, 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 bum. Ähm... Ja. Schaut euch. Ich hab ganz vergessen, mich umzubenennen. Also wirklich. Das... Das ist fast illegal. Wirklich. Nur dieser Name ist die wahre Ehre. Wohl wir gerade bei kompletter Ehre sind. Ähm... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Genau. Nein. Leute. Ich habe einen Discord-Server. Und der ist in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr darauf schauen würdet. Ich mache jeden Sonntag außer jetzt während der Zeit. Ähm... Mache ich Videos mit den Leuten aus meinem Discord. Oh Gott. Und... Also ihr könnt dabei sein. Also ich... Ihr könnt die Person sein. Äh... Du! Kannst die Person sein, die mit mir ein Video aufnimmt. Oh mein Gott. Ja. Ihr seht hier gerade wie ich... Ich... Ich kaufe mir aber das ganze Spiel durch. Schaut euch wie viel es kostet. 93... 93 Quintillion. Ihr wisst eh... Für das ganze hätte ich ohne zu cheaten sicher... Ähm... Einen... Einen... Einen Monat spielen müssen. Oh mein Gott. Ja... Ja und meine... Das unten da ist Milch. Dieses... Lila. Und... Das ist schon lila. Also da sieht man wie okay man schon ist. Wenn das... Ah, ein goldener Cookie. Äh... Wenn ein goldener Cookie da ist, dann müsst ihr den immer berühren. Okay? Also wirklich ihr müsst immer draufklicken. Und dann braucht ihr Autoklicker und dann... Dann ballert das. Dann ballert das. Auf jeden Fall... Oh mein Gott. Der... Es ist zu gut. Ich weiß nicht. Tieten macht so viel Spaß auf einmal. News. New. Eve. Kay. Walking Fine. Reports. Clayfall. Journalist. Wow. Wir haben... Wie viele Upgrades haben wir denn unloggt? Wir haben... 282 von... 535. Ja, wir können jetzt gar nicht alle Upgrades bekommen. Nämlich das sind unsere Cookies, die wir schon freigeschalten haben. Ähm... Soll ich euch sagen, warum wir das nicht können? Weil... Wir müssen dazu... Müssen wir darauf gehen. Und dann müssen wir auf jetzt drücken. Und dann zerstören wir unseren Cookie. Und der Account ist zwar weg. Aber wir bekommen neue Sachen und so. Aber wie wir das sind... Wir haben 62.000 von den Teilen bekommen. Als erstes müssen wir das kaufen. Dann kaufen wir das. 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 Was nehmen wir dann da? Äh... Das. Dann... Das. 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 Können wir uns alles nicht leisten. Okay, dann machen wir da oben weiter. Das ist unnormal. Das macht einfach nur Bock. Okay, das können wir uns alles noch nicht leisten. Okay. Okay. Dann machen wir das. Und vielleicht das. Und 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 vielleicht auch noch das. Das. Und das. Das. Und das. Das kann ich mir nicht leisten. Aber das. Und das auch nicht. Das. Und ich glaube, das passt jetzt. Yes. Wir haben jetzt eine neue Welt. Aber in dieser Welt haben wir jetzt ganz viele andere neue Sachen. Zum Beispiel da oben. Machen wir. Das schaut doch irgendwie fresh aus, oder? Ja. Ich denke aber auch nicht. Das. Creepy irgendwie. Noch creepy. Gold. Nun. Ja. Schaut cool aus. Okay. Gelb, raun, weiß. Okay. Ich glaube, wir nehmen den Geldschein. Ja. Genau. So. Was nehmen wir denn noch? Milch. Welche haben wir denn da? Ja. Was ist das für eine Milch? Uh. Schaut fresh aus. Schaut besser aus. Ähm. Ja. Also. So. Ist das Spiel aufgebaut. Also wirklich. Das ist geil. für die Infinity Cookies. Wenn wir das jetzt. Das werde ich beim letzten Video zeigen. Was passiert, wenn ich da jetzt auf Enter drücken würde. Ja. Ist auf jeden Fall blöd, wenn das so ist. Aber. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Die Sachen. Dann nehmen wir Ghost. Ding. Bringt sich nicht. Bringt. Oh. Bringt sich doch was. Da. Gold. Gold Heart. Da. One Billion. Okay. Dann kommen wir da beim Geister Ding auch irgendwelche Sachen. Ähm. Ja. Da kommen dann solche komischen Cookies. Geister. Der eine ist grün. Der eine ist grün. Der eine ist grün. Ähm. Der eine ist grün. Ähm. Der eine ist grün. Ähm. Also. Wir haben jetzt. Ähm. Wir können da loslegen. Ich habe jetzt kurz nicht geredet, weil es gerade was gibt, aber Rolling Bing ist hier voll geil. Kitchen, New Story. Ah, okay, das schaut einfach nur alles anders aus. Ist auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall so geil. Meme, Supermarkt, Stockshare. TV-Show. Gamepark. Cookie-Coin. Operate, Confu... Ich kann das nicht ausbrechen. Da... Dantinate Seed. Ah, okay. Und Stockshare. Oh mein Gott. Ja, also das schaut auf jeden Fall komplett fresh aus. Ähm... Ja, also... Machen wir mal machen. Das ist halt schon geil. Oder? Was meint ihr? Ja. Haben wir schon ein bisschen was? Ähm... Oh, Cookies. Cookie, Cookie, Cookie. Warte, da haben wir noch was. Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist abgestürzt? Das Game ist abgestürzt. Sie haben es geschafft. Wir haben das Game zum Abgestürzen gebracht. Obwohl, schreibt mir jetzt in die Kommentare, was gerade passiert ist. Wir probieren es nochmal. Wir probieren es nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn wir machen. Wir probieren es nicht mehr. Oh mein Gott. Aber ich probiere es noch nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der mag mich eigentlich nicht. Taste wählen. L. Ok. 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 Jetzt eskaliert er. Jetzt eskaliert er. Oh mein Gott. Wie viele Kommen werden das sein? 1200! Oh mein Gott! Wir können das ja nicht einmal... Okay, und es ist 100 davon. Mann, das taugt sich. Das ist... Mehr Geld kann man nicht haben. Was ist jetzt schon wieder passiert? Mein Browser ist gecrasht. Echt? Das Game ist jetzt gecrasht. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott! Was haben wir gemacht? Ähm... Hat es was mit Speed Autoclicker zu tun? Alles drücksetzen. Okay, machen wir mal so. Game saved. Nehme ich your friend a new bug after the new update. Ähm... Was haben wir hier gemacht? Hauptsache, das geht noch immer weiter hinaus. Ich würde sagen, wir schließen das Game einmal. Und dann gehen wir nochmal in den Browser. Genau, da bin wollen wir. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Also, das war jetzt gerade ein Bug. Ähm, ihr habt gesehen, was passiert, wenn ihr zu viel von diesem Zeug hereinballert. Oder wenn ihr einfach nur übertreibt, so wie ich es immer mache. Auf jeden Fall, ich werde jetzt die Aufnahme stoppen. Und wir werden uns dann noch ein paar Kursor kaufen. Okay, wir können es uns nicht leisten. Oh mein Gott. Es ist zu teuer. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall das erste Spiel jetzt wieder... Wie wir es schon mal gemacht haben. Und dann kaufen wir uns noch ein paar Upgrades. Und dann war's das mit dem Video. Ich zeig's euch mal. Okay, das kann ich mir nicht leisten. Wie teuer ist das alles? Wir haben jetzt schon wieder alle unsere Cookies. Oh. Nein, born again. Born again. Dies schon, wo ich will auf die Start gehen. Ähm. Und da 9000 können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Nicht leisten. Nicht leisten. Okay, da sind wir eh wieder da, wo wir vorher aufgehört haben. Und... Das können wir uns leisten. Machen wir jetzt einfach die ganz günstige da. Ist mir ist egal. Uh, das ist wieder teuer. Und... Ich bin wirklich gespannt, was das hier ist. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video und... Bis zum nächsten Mal. Tschau. Und wir machen das noch. Tschau Leute. Tschau Leute. Reaching for the sun